Die Straßen der israelischen Stadt Sderot, nur einen Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt, sind nach den Hamas-Angriffen wie leer gefegt. Die meisten der 30.000 AnwohnerInnen sind in sichere Zonen evakuiert worden. Der israelische Sanitätsdienst gehört zu denen, die vor Ort bleiben. Nur wenige Minuten nach unserer Ankunft heulen die Sirenen. Das heißt, ein Rennen in den Schutzraum. Das ist eine Neutron. Wir wissen, was es, wie die Anleitung hören. Every day, every hour. Get up, you go to the shelter, go back, to do your business. Aber das war eine andere Sache. Das war Saturday, 6.00 Uhr in der Morgen, und die Terroristen dich auf den Bett bringen. Tova und ihr Mann Ascha sind die einzigen, die in ihrem Haus geblieben sind. Marc hat sich ebenfalls entschieden zu bleiben. Er ist eine sehr eerie Atmosphäre in Sderot, die nur durch die Sonne von Dronen, Warplanes und, was appears zu sein, dass die Wasser auf den Gaza Strip geführt werden. Die Menschen in der Stadt sind in der Stadt behaupten, die Anzeichen der Terrorismus auf der Gaza Strip ist. Ich bin Valry Goria in Sderot für Euronews. Vielen Dank.